Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baldur's Gate. Bei mir ist ein bisschen Zeit vergangen, aber jetzt geht es wieder weiter und ich habe diesen einen Kampf nochmal probiert. Und diesmal ist keiner von unseren Leuten drauf gegangen und ich konnte dann auch wieder sprechen. Das hat also funktioniert und ich habe hier hinten mit Dammer nochmal gesprochen bezüglich dem Herz. Und er hat uns auf der Karte ein paar Locations gegeben, wo wir eventuell nochmal dieses Eisendorf finden. Ja, wir haben jetzt noch den Auftrag, dass wir hier mit der Harfnerin sprechen sollen. Und wir haben hier den Marker für den Konvoi von den Kultisten. Da werden Sachen mit der Gedianki-Krippe und dem Gebirgspass. Und hier unten erreichen wir die Türen des Mondaufgangs. Es ist nicht so weit weg. Wir müssen mal kurz schauen. Ich würde mal das mit ihrem Herz tatsächlich zuerst machen. Das heißt, wir müssen bei der Brücke rechts runter und dann irgendwie da rauf. Wird vermutlich nicht so einfach zu finden, zu sein. Also schauen wir mal. Gehen wir mal weiter. Achso, eins noch. Ich habe einen Klassenwechsel gemacht. Vom Zauberer zum Magier. Ich weiß, ich wollte eigentlich Droide machen, aber dann habe ich das mit dem Magier gesehen. Ich dachte mir, das könnte doch ganz interessant sein. Mit dem habe ich dann auch den letzten Kampf gemacht. Oh nein, er kann ein bisschen zwirbeln. Er hat zum Beispiel auch das Magierrüstung. Das geht bis zu langen Rast. Und... Ach, warte mal. Ich sehe gerade, das Ziel darf keine Rüstung tragen. Aber das ist irgendwie trotzdem. Naja, egal. Wir machen es mal hier weiter. Moin sehen. Uh... Okay. 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 Dann haben wir wohl eine Planänderung. Wir laufen den einfach mal nach. Okay. Und bloß nicht vom Pfad ab. Ja, das, glaube ich, hätte ich auch ohne Würfel gesehen. Ich hoffe, das ist schlau, was wir da machen. Ich sehe nichts mehr. Gehen wir mal hier rauf. Also hier jetzt? Warte mal. Ich glaube, ich gehe mal hier nach oben. Ähm... Geh es mal hier hin. Du da hin. Du da hin. Das sieht alles sehr einladend aus hier. Okay. Mit wem? Warte mal. Was steht hier? Geh zum Ort des Überfalls. Dann würde ich doch... Oder will es so, dass ich da als Einzelner hier runtergehe? Ich will da jetzt eigentlich nicht nach unten gehen. Dann nehme ich da doch lieber die ganze Gruppe mit. Äh, er meint hier oben? Äh? Äh? Also ganz peinlich ist jetzt gerade nicht mit der Location, wo ich eigentlich hingehen sollte. Oder noch eins rauf. Möglich wäre es. Eigentlich kann man hier richtig schön looten. Na, hast du was? Äh, immerhin ein Gold. Gold Ring. Ach komm, den wir mal mit zum Verkaufen. Hm. Ich glaube, ich quatsche mal hier mit der Lassandra. Moin. Was zum... Ah, was mach mal. Ah. Ach, du Scheiße. They will not become shadow. They will not feed the curse. Forgive me, my queen. But I had to. Before the dark got any stronger. Hm. Okay. Machen wir's mal. Okay. Los. Ach, shit. Ach, du heilige. Ähm. 184. Äh. Ich bin vielleicht am Arsch. Können wir... Hm. Leiter. Komm mal nach oben. Okay. Was machen wir denn da jetzt? Äh. Spiegelbilder. Selbstverkleidung. Nein. Untote Verträumen. Dazu muss ich in der Nähe sein. Schild des Glaubens. Äh. Ha, 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 ha. Watt, mach mal, watt, mach mal, watt, mach mal. Ich könnte da unten ein Abbild hinklatschen. Und ansonsten Schütze. Na, nicht auf die Hafner. Aber vielleicht... Was sind denn eigentlich die anderen? Wo... Ist meine Crew? Aber man steht ja alle da hinten. Ja, man war Fahler. Okay. Zug bänden. Ähm. Colors fokussieren. Ich kann vor dir gestärken und du fahre alle Kreaturen in einer Reihe. Hm, 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 hm. Nein. Zerbersten. Das geht. Okay. Das hat tatsächlich funktioniert. Fahndrang. Können wir das nochmal machen? Nee. So, was hat man denn hier? Fall der Linderung. Befreie den Ziel. Nee. Bedrohlicher Angriff. Fernkampf. Moment. Waffnend. Hier drauf. Verletzlich. Heiligtum. Moment. Ähm. Was ist... Wieso kann ich mir das nicht genauer anschauen? Unverletzlich. Ach, das ist ja... Hm. Na gut. Aufwenden gehen wir 15, 24. Ja, komm. Geil. Wobei, eigentlich... Wärst du besser, wenn du unten bist. Komm, geh mal wieder runter. Das war eigentlich total für den Arsch. Ähm. Nicht geliegend Bewegungsrate. Nicht geliegend Bewegungsrate. Ich krieg die nicht. Hätte oben bleiben sollen. Das war jetzt dumm. Naja, komm. Zu viel. Ich fühle mich wie ein Schäden. Ich bin der Tod. So. Ich... Warte mal nach da oben gehen. Ich will das Magier da nicht in der Frontlinie stehen. So. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Brennende Hände. Nee. Hm. Knochenkälte. Bullenansturm. Okay, das ist auch irgendwie geil. Ihn kann ich ja nicht treffen. Wie weit geht das eigentlich? Es geht nicht so weit. Komm, Feuerpfeil. Auf. Ja, komm. Zehn Schaden. Naja. Okay. Das war... Boah, es ist plus 17. Oh. Ich kann ich ja nicht angreifen. Mhm, 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 mhm. Komm, du gehst mal hier hin. Das geht eigentlich nur so. Oh, und der Schuss. Okay. Zweimal. Fehlschlag. Gut. Weiter machen wir. Oh. Grit. Okay. Das mit der Heilung finde ich aber ziemlich beschissen. Okay. Wir müssen ihn fertig machen. Möchtest du mal nach da hinten gehen? Scheiße, nicht genügend Bewegungsraute. Heilige Flamme. Äh, ähm. Okay. Sehr gut. Was? Erstmal. Alter, geht's auf den Magier? So. Dann wär's jetzt du mal hier. Was machen wir denn da? Bedrohlich Angriff. Auf den. Yes. Ähm. Das war eigentlich viel zu viel. Kann ich dich jetzt eigentlich hauen? Frohe Verteidigung, ja. Das ist ein Fehlschlag. Okay. Das war's erstmal. Was bewegt er sich auch? So. Jetzt mal hier runter. Wollen wir hier nicht mehr brennen? Brennende Hände. Nein. Nein. Scheiße, da treffe ich auch unsere Jungs. Das ist dumm. Noch ein Kerl, den ich vertraute finden. Zerbersten. Na, die stehen zu nah dran. Das. Hm. Magisches Geschoss. Höchste Stufe. Alles auf den da. Okay. Oh, geil. Geil. So, wir gehen mal in Rage-Mode. Jetzt haben wir mal gucken. Zauberbecken blockiert. Okay, rücksichtsloser Angriff. Hammer, ich ruf hier. Nice. Zerfleischung gerade noch mal hinterher. Yes. Bleibs mal da stehen. Oh, shit. Ihn haben wir ja noch. Naja. Kriegen wir auch noch hin. Yes. Viel Schlag. Okay. Okay. Scheiße, er hat schon wieder Heiligtum. Wir müssten halt irgendwie... Ah, wir müssten halt irgendwie sagen können, Spur, dass er das nicht machen kann. Aber ich frage es, wie? Hm. Ah, gut. Kümmern wir uns mal an den anderen. Fürs Erste. Ach, nee. Jetzt geht sie wieder nach oben. Ah. Oh. Gut. Dann gehen wir da noch hin. Ja, natürlich hat es mir da jetzt wieder einen Schaden gegeben. Schild des Glaubens. Machen wir mal auf. Ja, hier wieder. Gut. Wir enden. Unverletzlich Heiligtum. Hm, 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 hm. Das bringt mir alles nix. Magierhand. Nö. Zwei KI. Sehr gut. Heilen tut's auch nix. Heilen tut's auch nix. Können halt wegstoßen. Ja, ist unverletzlich. Ja, ich kann nix machen. Oh, wie ich jetzt Schaden krieg's. Hm. Gut. Irgendwas passives. Spiegelbilder. Kann ich das eigentlich mal machen. Zum Schutz. Und verletzlich. Unverletzlich. Immer noch. Äh, kann nix machen. Zug beenden. Okay. Nicht mehr Heiligtum. Oh, scheiße. Das hat ziemlich gezwirbelt. Äh. Munden heilen. Oh, ich muss in die Nähe gehen. Ja, gut. Zug beenden. Okay. Sehr interessanter Delay. Treff eh nur dich jetzt. Okay. Nice. Ähm. FB 17. Ja. Scheiße. Viel Schlag. Nutzt nicht irgendwas? Komm. Einmal heilen. Hm. Hm. Ach, scheiße. Das war ja direkt. Ach. Äh. Das war ein Fähn. So, Delay. Machen wir mal den hier. Nice. So, bitteschön. Oh, geil. Kritisch. Aber er ist gut unten. Oh, geil. Blockiert. Heilige Flamme. Hm. 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 Ja, schade. Wir gehen mal abzulassen Weg. Fast. 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 Wir. Hm. Nee. Doppelschlag entwerfender Angriff. Nahkampf. Wir probieren es mal. Ist das eine Aktion? Ohne Saktion. Na ja, gut. Hm. Zerfleischen hinterher. 4 bis 10. Komm, mein Kleintank. Gut. Äh, die machen halt kaum Schaden. Feuerpfeil. So. Bitte. Danke. Geil. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir alles mit hier. Oh, ja. Ah. Ah. Lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. Incredible magic. I can feel the light lifting the shadows, even those within me. Be safe and be brave. We expect no less. You notice a tiny pixie trapped within. These fey creatures are infamous for their trickery. Sometimes playful. Sometimes malicious. Oh, please. Oh, golly. Me, oh, my. You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. Mmh. Wir brauchen heute die Laterne, ne? I dare not name it, Newfound friend. The faintest touch could spell my end. Ah. Ich weiß nicht. Ich habe dich wie ein 10-Dieter. Wenn du mich nicht verlässt, schreibst du diesen Moment. Hm. Ja, aber wenn ich es frei lasse. Nee. Sorry. Haben wir jetzt da wirklich alle glutet? Nee. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Wie ist denn da jetzt? Achso, Spiegelbilder. Hätten nämlich vor allem gerne... Ah, warte mal. Hier ist auch noch eine Kiste. Ähm. Holzkiste. Nee. Jetzt generell ein bisschen mehr. Okay. Leute. Ich mache hier mal einen kurzen Cut. Ich werde mir hier mal die ganzen Kisten angucken. Und ein bisschen Inventar schiften. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also. Bis gleich. Und da werde ich jetzt auch wieder zurück. Und ich habe hier mal das ganze Gebäude mal ausgelootet. Bin auch runter rumgegangen. Und auch da runter, weil es gerade in der Nähe gewesen ist. Und da habe ich einen auf den Deckel gekriegt von diesen Mehrzell-Kreaturen. Das waren so vier Stück. Und ja, entsprechend schaut jetzt meine Charaktere aus. Aber ansonsten war da auch nichts Spannendes zu looten. Aber ich habe etwas Interessantes gesehen. Weil die Dinger haben uns immer wieder mal teleportiert. Mitunter auch an diese Stelle. Und hier gibt es dieses Camp hier. Mit diesen Fackeln da. Da habe ich jetzt auch soweit alles durchgelootet. So war das Gespannendes drin. Das Einzige Spannende ist. Hier hat es eine wahre Seele Kohl ist. Aber ohne Kontext oder so. Aber ich habe so eine Fackel noch nicht berührt. Oder habe ich mal irgendwas gemacht. Ja. Eigentlich noch praktisch. Hm. Okay. Ich würde jetzt gerne mal eine lange Rast machen. Und weil da ja meistens irgendwas passiert. Ich würde euch mal mit sagen. Long your last. Yes. Eventuell gibt... Oh. Oh. Playtime's over, pet. Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil and a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress. Moonrise towers. And you're getting him out. Und wenn wir das nicht tun... Aber ja. Wie haben wir es überhaupt geschafft, wenn es ein mächtiges ist? Will your Playmates wasting precious time? Let's see about getting his priorities. I'll make it simple. Will fails or refuses. And he turns to a thick blob of stinkflesh. And sinks to Avernus. Now. Be a good boy and play fetch, Pop. Or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Ja gut, wir müssen sowieso da runter. Und alles, was wir so an Visionen haben, ein Ding wieder unten. Wir haben drei Gespräche. Weißt du was? Wie geht's eigentlich unseren... Unseren... Nein. Wie geht's eigentlich unseren Zauberer? Brauchst du mal wieder was zum... Ach nee, Moment, aber braucht der nicht mehr. Ah... Ne. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Näh. Gut. Wir machen mal, wir machen mal, wir machen mal. Wir sprechen mal mit ihm. Er war auch selbst schuld. Es ist nicht, als ob ihr eine Wahl hättet. Er lebt die Mission oder vergammelt in den Höllen. Ja, ich soll den Teufel jagen. Eigentlich ein guter Punkt. Das gleiche Gedanke hat meine Meinung. Ich bin nur für den Infernal, den Dämonen und den Heartless. Aber wo es nicht gesagt wurde, dass ich einen nicht helfen kann. Entweder wir finden es, oder ich habe einen mindlessen Blob clawing at Dämonen auf der Frontline der Bloodwarze. Das ist nicht so. Und das bedeutet alles für mich. Ich wusste immer, was meine Zukunft hält. Und ich weiß, dass ich richtig wähle. Gut, dann hätten wir das. Ihr solltet diesen Pakt beenden. Ja, also so grundsätzlich schon, ne? Angreifen ist, glaub ich, ne doofe Idee. Es könnte sein. Sie hat das Blighted-Ding. Was ich weiß, ist einfach was sich auf meine Erinnerung. Mein Kontrakt ist sehr klar. Ich kann mich nicht zu tun. Sie wird mich aus meiner Pakt beenden. Die einzige Weg ist, wenn ich sie ausbüren. Wir stehen hier mit nichts, nur die Klappen auf unseren Beinen und die Wörtern in unseren Händen. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht. Äh, ich darf mir so irgendwas... Ja, eigentlich... Also eigentlich... Tut sie ja nur ihm was. Nicht den Rest. Aber, ja. Das war die Tragedie. Ich habe so viele mit den Talentsen der Blighted-Ding. Und ohne den Pakt, ich bin nur ein Mann. Und was gut ist meine Blighted-Ding, wenn es zu schmerzen, zu spüren monstern? Was gut ist eine Flamme, wenn nur ein Blatt es rauskommt? Ja, gut. Hätten wir das. Was hättest du jetzt noch? Gott, verdammt! Warum muss es Mizora sein? Warum muss es Zarya sein sein? Wir müssen uns überraschieren, um einen von ihr Asset zu bekommen. Oder wenn es ein Runaway ist, wie ich? Oder was etwas viel schlimmer? Oh, wow, bye-bye. Naja. Ist auch ein Argument. Aber mal schauen. So, lass mich raten, du jetzt gern wieder Blut. Du bist ein bisschen schräg drauf. Mhm. Wir müssen uns überraschieren, dass wir nicht alle unsere Optionen wenn es um unsere... ...uninviteden Gäste sind. Wie viele Menschen sind mit ihnen infectiert? Du denkst? Hundreds? Thousands? Und sie sind nicht nur Goblin Trash. Sie sind... ...powerful Menschen in der Worms-Thrall. Werden wir uns auf die Moonrise-Towers kontrollieren. Mhhh... ...iessen Punkt. Wenn wir jetzt auch, ich will das Spiel... ob wir das wirklich so kontrollieren können oder ist es der Wurm der jetzt aus ihnen spricht es bleibt bei drei wir werden ja grundsätzlich da nicht viel besser als wie der typ der was jetzt gerade dran ist nur das hat wir das halt sind soll ich auf richtig böse sein und das eigentlich war schon spannend was passiert wenn wir an der macht werden ich denke darüber nach ja ok ja gut dann würde ich sagen schlafen wir mal aber mit der santa gedanken gange das ding ist wer von uns hat an dem macht oder hintergeben ich dann jemand naja ok zu bett gehen auto auswählen wir haben da eigentlich noch worts paket wir haben noch einiges so lange hast du dann trauen ja natürlich Ach ja, ich will mit. Äh, äh, äh. Was ist es der Was? Was? Isabel, der Klerk mit der liebstensten Gesichter der Mühre. Sie ist zu preziesisch zu leben. Strategisch ist es schon wichtig. Nein. Ich muss, boah, ich bin nur, glaube ich, richtig, richtig evil gewesen in der Vergangenheit. Ich will schon böse sein, aber so richtig, richtig böse? Hmm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, die, vor allem, also mal angenommen, ich gehe wirklich nach und will sie töten. Wie soll ich das machen, ohne dass dann gleich alle gehen müssen? Gut, das werden sie dann, also, den Kopf würde ich halt verlieren. Hmm. Hmm, ja. Oh, ich nur leben, um zu sagen. Oh, Master, schau mal den kleinen Mishap mit dem Barden, die du letzte Mal haben wir uns, hm? Dein Unkonschiesel-Kleber-Mind hat sich für die Extremität. Wer weiß, wer du jetzt vielleicht töten, wenn du nicht verletztest, Und die ganzen Leute, die sonst Tüte zählen nicht? Ach du Scheiße. Ähm. Warum hast du jetzt... Warum hast du so geschrien? Was war denn das jetzt? Ja, das Gespräch hatten wir schon. Nein, bist du nicht. Ja. Warum hat sie denn jetzt geschrien? Sehr schräg, sehr schräg. Okay, ich würde sagen, für die Episode lassen wir es erstmal. Wir machen dann in der nächsten Episode weiter. Und eventuell... Weiß nicht, würde ich mir vielleicht... Ach, wir könnten das eigentlich... Ich sage mal mal, lass sie so mal da bleiben. Oder ist das gut, dass sie da bleibt? Ja, lass sie, bleib mal da. Wir müssen sie überhaupt da. Ich will mal kurz eine andere Kombi ausprobieren. Warte im Lager auf mich. Ja, ich denke schon. Ich hätte gern, dass... Magie mal mitkommt. Moin. Jo. Okay, ich werde bei ihm noch jetzt den... Stufenaufstieg machen und... Dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.